günstiges einstiegs mountainbike von ktm in der sport 2000 ausführung dann nennt es sich boston hat den chicago rahmen also auf dem selben passiert auf dem selben rahmen wie das chicago kommt mit dreimal acht gänge die altusschaltung so mit 24 gänge und mit natürlich wunderbare mountainbike bereifung schöne angenehme breite pedale mit flaschenhalterung montage oder schlosshalterung montage zwei möglichkeiten was zu befestigen mit einer funktionablen gabel leicht zu verstellen und shimano scheibenbremse das heißt wir würden sagen im großen und ganzen ein gut ausgestattetes modell zum einstiegspreis gibt es auch in 29 zollen mit schöner farbe orange und ein bisschen blau dabei preise und verfügbarkeiten finden sie übrigens unten in der text video beschreibung unter redblades.at schrägstrich webshop viel freude mit ihrem bike